In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Wie wahr. Und verkaufe Blumen an mein Liebespaar. Ich seh den Glanz und es leuchtet in ihrer Blick. Und dabei wird mir im Herbst ganz sonderbar. Meine Blumen möchte ich selbst mir schenken. Nicht so schmucken wie die allerschönste Bracht. Ich will so gern nur wagen, dicke, denken. Denn das Liederwachen spricht und nach mir schaut. Es ist ein seltsames, schönes Gefühl. Wenn auch das ganz, nur ein Traum, nur ein Ziel. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Denn die Liebe im hellen Mond erscheine. Ist das Schönste, dass sie wissen, was ich meine. Eines, das und anderes, das sind also den. Denn ein Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe. Gerade sie ist im großen Weltkirche trübe. Für das Herz wurde schön zahlt so Liebe. Eines, das und anderes, das sind also den. Zwar, was mich anbetrübt, habe ich da im Prinzip. Und der ganz bestimmt ist fest das Ideal. Doch wenn heute einer käme, dem er sagt, ich hab dich nicht, wär mir alles, kann mir's egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Denn die Liebe im hellen Mond erscheinen. Ist das Schönste, dass sie wissen, was ich meine. Eines, das und anderes, das sind also den. Ich glaube, dass sie wissen, was ich meine. Es ist ein seltsames, schönes Gefühl, wenn auch das ganz nur ein Traum, nur ein Spiel. In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein, denn die Liebe im Helm und die Scheine ist das schönste Ziel, was ich meine. Eines, das und anderes, selbst und außerdem, denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wurde schönst aller Triebe, eines, das und anderes, selbst und außerdem. Zwar, bis mich arm betritt, hab ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal, denn wenn heute eine Kind, die mir sagt, ich hab dich lieb, wär mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein, denn die Liebe im Helm und die Scheine ist das schönste, ist die Wissen, was ich meine. Eines, das und anderes, selbst und außerdem, in der Nacht, ich muss nicht mehr trösser sein. Ja, liebe Zuschauer, in der Nacht ist der Mensch nicht gern allein, Herr Romy Haag, wie wahr, sagte ich vorher schon, verständlich. Ja, was haben Sie denn unternommen, damit Sie heute Nacht nicht allein sind? Haben Sie was vor? Ich wüsste was, um bei uns in der Sendung im Bild zu bleiben, entweder sich gemütlich beim Shoppen Wein zusammensetzen oder vielleicht in den Zirkus Althof gehen, oder? Oder ich fliege jetzt zurück nach Berlin, weil ich mich vorbereite für die Tour. Ja, und trinken dort einen Schuppen Wein. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich von Ihnen. Wir blättern zu, das war die letzte Seite, aber morgen blättern wir wieder auf um 17.15 Uhr Ihre Teleillustrierte. Tschüss, Salü und auf Wiederschauen.